Lege Distanz zurück, während du mithilfe von Ballons von Geburtstagsmedaillons in der Luft bist. Also für die Aufgabe müsst ihr ein Geschenk einsammeln. Die Geschenke sind extrem schwer zu finden. Ich habe bis jetzt in drei Stunden ein einziges Geschenk gefunden. Also schmeiß danach das Geschenk. Im Geschenk drinnen findet ihr dieses Medaillon. Sammelt das Medaillon ein. Wie ihr seht, öffnet sich dann ein Ballon. Jetzt müsst ihr eine Distanz von 777 Meter zurücklegen, während ihr ein Ballon hängt. Um die Aufgabe schneller abzuschließen, könnt ihr mit den Ballons auch durch Boost-Reifen springen und somit die 777 Meter schneller erreichen.